Aber wer weiß, vielleicht hält uns die Biene nur auf. Jetzt sollten wir wieder mal die alte Kombi spielen, Tagwinter und dann setzen wir aufs Stürmer-Set. Reicht ja mal. Wir versuchen es mal. Ab jetzt, die alte Kombi. Oder einfach nur Police schießt ja schnell genug, damit wir ja auch was vor die Flinte bekommen. Zack. Aber von wo? Jetzt mal ganz kurz die Biene, ne? Wenn so viel auf einem Haufen sind, das sollten wir ausnutzen. So, Deckung, Deckung. Ich kann nicht, doch ich kann. Und ich möchte auch, ich bin bereit zu töten. Ah. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, oh, weg. Deckung. Blind schießen. Hinter mir ist keiner. Doch, Killer-Glue. Wir sind eingekesselt. Das war's. Schande. Ich muss irgendwo anders hin, gerade. Gelenkschuss, jetzt. Oh Mann, oh Mann. Ah. Ah. Komm her, Drohny. Gib mir Rückendeckung. Schieß mit Gummibärchen oder so. Irgendwas Heilsamen. Legt eine Spur aus Globuli. Die Rollsplit, die rutschen darauf aus. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. So, jetzt wieder aufladen. Flop, flopp. Und da drinne ist auch noch einer. Richtig. Da ist zumindest einer markiert. Was ist mit den Geiseln? Wir müssen mit den Geiseln reden. Die haben bestimmt spannende Geschichten zu erzählen. Ich glaube schon, ne? Musik haut noch hin. Ja, ist doch an. Hatte ich letztens erst wieder. Da hat er die falsche Musik abgespielt. Da hat er einfach die Playlist gewechselt. Ich habe jetzt den Cage geleert. Von der Spotify-App. Ich hoffe, das Problem gehört der Vergangenheit an. So, wo müssen wir jetzt da genau hin? Keiner weiß Bescheid. Ich am allerwenigsten. Aber ist okay, ist okay, Mann. Ich laufe jetzt da rum. Vielleicht müssen wir auch hier lang. Ja, wir müssen hier lang. Da ist die Geisel. Achso, wir müssen ihn killen. Er ist da reingeglitscht, ne? Oh, Mann. Ich würde am liebsten ja eine Feuerfloatergranate werfen. Aber die gibt es hier nicht. Aber so ein Problem gibt es auch in Fallout 76 gerne mal in den Daily Ops. Wobei das schon länger her ist, dass ich dieses Problem da hatte. Naja. Okay. Hm, da. Oh. Jetzt, Sir. Er ist rausgeglitscht. Wir können ihn durch die Planer schießen. Ja, wir haben dich gerettet, mein Freund. Und jetzt bist du hingefallen. Ganz merkwürdig. Mit welcher Geisel müssen wir reden? Mit welcher genau? Zeig mal. Ja, da drüben. Ach hier. Klasse. Sag ich doch. Kopfgeld Einsatz. Ja, spielen wir. Und dann wieder zurück auf Posten. Und dann, hm, ja. Wir können uns ja alle rüberbieben zum Safe House. Ja, ich glaube, so wollen wir es machen ab jetzt. Wenn wirklich viele Gegner auf dem Bildschirm sind, dann Biene rausholen und nicht halt vor jedem Angriff die Biene frisch aufladen. Was oft halt echt nicht super viel Sinn macht, ne. Dann die zwei Treffer. Dann wieder Waffenwechsel. Das kostet alles Zeit. Äh. Ja. Ihr könnt euch zu mir beamen. Alles wird gut. Mhm. Ja. Vorsichtig. Da ist ein ganzer Trupp. Das zählt zum Beispiel hier. Das ist, das ist hier leicht verdienter Waffenstärkungspaar. Block, 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 block. Und go. Super leicht verdient. Ja, super easy peasy verdient. Und jetzt, naja, oh, jetzt so zum Beispiel hier, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schande. Oh, ich hab ihn erledigt, ne. Ich hab ihn doch bestimmt erledigt, ne. Bestimmt. Sauber. Oh, 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 oh. Es kommt noch mehr, es kommt noch mehr. Oh, 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 oh. Na, ich muss da hin. Ich bin die Glaskanone. Au. Nein, bitte nicht. Oh Mann. Oh Mann. Mach Platz, mach Platz. Es geht nicht. Es geht nicht. Meine Güte, Drohnen. Dankeschön. Ihr Flummis, ihr Flummis, ihr von allen Seiten kommen. Sieh, schnell. Das Kellergno deaktivieren. Das macht mir am meisten noch eins. Nice. Alles cool, alles cool. Jetzt nicht Bienen. Leo, hör auf. Es ist schon wieder so eine halbe Zwangsstörung geworden. Ich muss es mir jetzt gerade abgewöhnen. Es muss situativ erfolgen. Es ist gut, aber... Naja, wir können auch Dinge damit kaputt machen. Na, schaffen wir den. Ich musste ja zum Schild wechseln. Ist okay. Ich komme, ich komme, ich komme. Rolle in die falsche Richtung. Ich komme, ich komme, ich komme. Alles gut. Music Man. Alles klar, vorsichtig. Von wo genau. Und da. Naja, wenn ich den Schild sowieso draußen habe, dann... Hat sich ja die Frage erübrigt, ob ich jetzt Bienen soll oder nicht. Da kann man die Zeit natürlich auch nutzen. Go. Hüppchen. Oh, oh. Der Baum, er schützt mich. Baum heißt Leben. Na, weg, 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 weg. Ich habe Mediket. Ich habe sogar vier. Aber ich stehe auch in diesem Bereich, ne. Das ist gut. Das sollten wir ausnutzen. Jetzt hält da mehr einer. Ja, einer von uns. Ich brauche mehr Energie, Mensch. Alles gut. Es wird immer schlimmer. Ich sehe nichts, Mensch. So halb dunkel. Ich bin nachtblind. Noch blind als tagsüber. Musst du gerade das Schild rausholen. Das hat jetzt nichts mit der gezwungene Biene zu tun. Zwangsbiene. Aber von wo? Ja, ich komme. Ich komme. Aufheben, bitte. Oh, 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 oh. Weg. Ungünstig. Na, na. Na, wo ist er? Hilfe, 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 Hilfe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tot gebient, Mensch. Mit einem halbschlaffen Stachel. Aber wirklich, ey. Weg, 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 weiter. Das ist eine schöne Ecke. Die gehört mir. Da steht mein Name drin. Reingekreizt mit so einem alten Taschenmesser. Ja, da drüben. Team, ich gehe wieder heilen. Ich brauche mehr Power. Aber sofort. Äh, ah, ah. Auf. Oh mein Gott. Wie schlimm war das denn mal, bitte? Ähm, es hat sehr wehgetan. Und ich möchte nicht darüber reden. Ich möchte viel lieber das Vorschläge Monument einnehmen. Denn da gibt es Stahl. Stahl für alle. Ich gehe da in die Ecke. So. Und jetzt, äh, nehmen wir sie alle nieder. Meinetwegen auch ohne die Biene. Ist gerade viel zu wenig los hier für die Biene. Tatsche. Zack. Und jetzt ihn hier. Der guckt schon so blöd. Wunderbar. Sicherspielen. Wir müssen sicherspielen. Ich möchte nicht doch mal hinfallen. Das muss nicht sein. Das tut jedes Mal saumäßig weh. Block. Und da oben wieder. Oh ja, den kriege ich. Nehme ich. Nehme ich. Bauschau. Höpfchen. Und ein bisschen da Wintertime. Warum nicht? Nein, welcher? Nicht cool. Erstmal was explodieren lassen. Rechts ist frei. Ja, rechts ist frei. Tasche. Zack. Nochmal. Tasche. Und nein, das Geschütz. Das muss als erstes sterben. Schön sauber bleiben. Schön unten bleiben. Er hat sich selbst besudelt. Wo ist der Anführer? Wo ist er hin? Mein Stack ist voll da oben. Ist er? Das Geschütz ist schon deaktiviert, aber nicht zerschossen. Nein, 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 nein. Nicht zu mir, nicht zu mir, nicht zu mir. Come on. Tu das nicht. Ich bin die Glaskart oder im Team. Ich muss hier irgendwo anders hin. Drüber. Und dann irgendwo ein bisschen. Oh Gott. Oh Gott. Tasche, 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 Tasche. Ja, Mann. Du bist tot. Schande. Ich muss irgendwo in Deckung. Jetzt. Hm. Hm. Übel, übel. Okay. Die Biene ist ein bisschen geladen. Ich muss mich erstmal sammeln. Da hinten ist der Anführer. Von hinten ein Anführer. Das ist nicht so gut. Ich gehe mal hier hin. Zack. Geht doch. Erledigt. Mit ein bisschen Bienen, aber nur ganz klein bisschen. Der Biene zog. Er muss wieder raus. Die Situation muss es einfach hervorgeben. Oh Mann. Oh Mann. Ich habe kein Mediket. Er hat Spezialmoniker. Er hat uns bluten lassen. Wie ein Schwein, aber wirklich. Nicht schön. Betreuung. Gesichert. Äh, Mediket. Jetzt. Der Medik hatte doch bestimmt Mediket. Und wenn nicht, wäre ich sehr irritiert. Da ist noch ein. Nimm es schnell. Solange wir die Chance haben. Biene durchladen. Von wo? Oh, 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 oh. Nicht so viel rumhampeln. Nicht so viel rumhampeln. Sack. Bauschau. Weiter, weiter, weiter. Yeah. Alles wird cool. Aber nicht von hinten, oder? Hier ist niemand. Das war nur ein sehr guter Schütze. Flop. Flop. Und ihn dann noch. Geht doch, Mensch. Sauber. Ich gehe in die Ecke. Da steht mein Name drauf. Aber da hatten wir uns ja vorhin erst ein bisschen geirrt gehabt. Da stand nicht wirklich unser Name. Da stand Ole. Ich habe es zu schnell gelesen. Da sieht das so vom Wortbild wie Leo aus. Das war für Ole gedacht die Ecke. Aber da steht Leo drauf. Aber wirklich. Na, 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 na. Bleibt da, genau. Köpfchen. Geht doch. Und ihn jetzt. Haben wir es? Zwei Medikids sind noch da. Alles ist durchgeladen. Kommt noch mehr. Oh, 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 Biene. Vielleicht später. Das ist, oh Mist. Jetzt sehe ich doch gar nicht. Ohne, komm mal raus. Ich brauche dich, glaube ich. Aber ganz gewiss. Aua. Spezialmonument. Willst du dich hochklettern? Willst du dich hochklettern? Oh, herrlich. Sauber bis zum Schluss. Dranbleiben. Also noch mehr hier. Au, au, au. Biene, Biene, Biene. Ganz viel auf einen Haufen. Das ist gut. Das sollte man ausnutzen. Jetzt. Plopp. Plopp. Ein bisschen anschießen, ne? Reicht ja auch. Biene, Mensch. Meine Biene läuft doch ab. Ihr Haltbarkeitsdatum ist nicht unendlich. Ist wie bei Hot. Naja, wobei Honig hat schon ziemlich lange, ne? Sind wir doch mal ehrlich. Gerade der aus der Plastiktube. Heißt nicht, was da drin ist. Konservierungsmittel. Aber unsere, unsere Biene ist Bio. Deswegen. Ich weiß es nicht hundertprozentig, ob Bio Honig. Ich verrenne mich hier gerade rhetorisch. Mal wieder. Lassen wir das einfach. Punkt, okay. Wir reden später über Honig. Noch einer. Ja, da hinten. Block, 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 block. Das ist der Anführer. Er noch. Er muss auch gebient werden. Ist okay, ist okay. Deckung. Und jetzt, ein bisschen. Komm her, komm her, komm her, komm her. Lass uns Freude sein. Tasche. Flopp. Ne, ne, nicht so weit raus. Nein, nicht freistehen. Das ist nicht gesund für mich als Glaskanone. Alles andere als... Da drüben und da. Köpfchen. Gut. Uh, die Sonne geht auf. Wie schön. Noch nie habe ich mich mehr darüber gefreut. Der Franzose ist tot. Nein. Nicht Sandman war das, ne? Deckung. Weiter. Uh. Plunder. Oh nein, die Kisten sind voll. Also... Der Kisten... Kistenbehälter ist voll. Wir müssen ein paar Kisten aufmachen. Wie wäre es mit... 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 Dieser Kiste. Gefällt mir am allermeisten. Danke sehr. Wir freuen uns. Und... Noch zwei. Okay. Da kommt, glaube ich, nur einer. Vorsichtig. Ist nicht... Die beste Situation, um... Kisten zu öffnen. Und jetzt die Kiste mitnehmen. Und ein bisschen plundern. Es geht auch um Stahl. Unter anderem. Und diesen Vorratsraum wollen wir uns natürlich ebenfalls nicht entgehen lassen. Warum kommen denn noch mehr hier? Aber warum denn? Aber warum denn? Erze. Spezialmoni-Dekka-Kette. Kette. Kette. Und draufhalten. Bis die Rüstung... Rütz... Rü... Bis die Rüstung pflanzt. Und wieder Kette. Der darf sich nicht wehren. Der darf kein Oberwasser bekommen. Der Miesel und der. Oh, das ist ein Deutscher. Guck mal eine an. Grüß Gott. Okay, der geht zu uns. Aber da war noch mehr. Da hinten, sag ich doch. Die Police, Mensch. Auf Distanz. Selbst da. Ein präzises Werkzeug. Was ist der denn bitte gedeckt? Grasbüsche oder was? Tevla Grasbüsche. Und der hat natürlich guten Kram dabei. Ich komme gleich. Ich komme gleich. Ich muss schon das nächste Ziel markieren. Damit das Team sich orientieren kann. Irgendwas mit Stahl. Genau hier. Metro Ruinen. Machen wir als nächstes. Aber ich muss auch hier den Plunder mitnehmen. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Und drüben die Behälter. Jetzt bin ich schon wieder traurig, dass es Tag ist. Weil wir können dadurch natürlich die ganzen Stahlbehälter viel schlechter sehen. Aber nicht so wild. Wir fassen die Reality. Alles durchladen. Mhm. Team ist voll. Das muss ich alles managen, Mensch. Wenn das Team nicht voll ist. Wieder Ruf nach Verstärkung. Oh mein Gott. Was hier alles rumliegt. Ich bin doch gleich wieder voll. Meine Güte. Der beste Plunder. Westlich des Mississippis. Aber ganz gewiss doch. Ja. Cool. Und jetzt rin da in den Vorratsraum. Und dann weiter, weiter, weiter. Oder ist hier noch draußen was? Da drüben. Oh mein Gott. War ja auch ein epischer Kampf. Hat lange gedauert. Mhm. Oh geil. Munition für die Minigun. Die holen wir sehr bald wieder raus. Auf jeden Fall noch in dieser Aufnahme. So war mein Name Leon da Gabo ist. Flup. Mhm. Jetzt auch, ne? Jetzt Vorratsraum. Wo ist er denn? Wo ist er genau? Hier drinnen, ne? Moni irgendwo. Klasse. Ne. Das ist einfach nur Plunder gewesen. Ist der unten? Kann es sein? Block. Aua. Mein Knüchel tut weh. Ach, da ist er tatsächlich. Neh, 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 neh. Und hier bitte. Ähm. Ähm, ja. Guter Kram. Für die Know-how-Bank. Dafür echt ideal. Ich geh rauf. Ja. Ich geh auch rauf. Ist hier noch irgendwas versteckt? Nö. Gut, aber eine schöne kleine Ecke. Und der ganze Kram, der hier rumliegt, ne? Mit dem wir zwar nichts anfangen können, aber trotzdem sehr cool, ne? Fallen die Flaschen auch um? Ja. Irre. Diese Details, Mensch. Wie alt war das Spiel? 2019 kam es raus, ne? Ich habe auch die Beta damals gespielt und ich wusste sofort, oh mein Gott, Division 2. Du und ich, wir beide. Das wird was ganz Besonderes. Ist es ja auch bis zuletzt gewesen. Na, wo sind die anderen? Team ist noch voll. Wollen die wo an? Ach, ach, guck mal. Die beamen sich direkt rüber. Sehr smart von denen. Los, Action. Action, Action, Action. Und die Kisten unterwegs noch mitnehmen. Ich hoffe auf viele Gegend auf einen Haufen. Damit sich die Biene lohnt. Ansonsten der Classic. Oh, okay. Ich bin für einen Haufen. Dämonste. Scheiße.